mann diesen total paralysiert von dem chemischen regen das beste was sie machen können ist lange genug in der sonne stehen vielleicht wenn die sonne sie aufwärmt wie viel sauren regen haben sie denn abkriegt alter das ganze gesicht von den total zerfurcht von der chemie in dem künstlichen regen ja darum tragen die intelligenten leute auch einen hut aber von ihnen ist keiner intelligent wie ich sehe ja hier aber da können sie doch mal drüber nachdenken der einzige der hier noch freien willen hat und im vollbesitz seiner geistigen unfähigkeiten eine fähigkeiten ist der mann der nun trägt und sie alle haben keinen hut haben den chemie versäuchten künstlichen regen abgekriegt in die bürden mit ihren wetterkanonen regelmäßig auf sie abschießen und deshalb sind sie jetzt alle hirnlose zombies geworden können hier nur noch umstehen und die sollte mal ihren verband wechseln er ist ja schon schwarz geschimmelt ist ja ekelig er waren sie im krankenhaus hatten sie eine gehirn op haben die ihnen das gehirn rausgenommen ok bei ihnen liegt vielleicht nicht am sauren regen in welchem krankenhaus waren sie ich muss das unbedingt wissen ich komme öfters ins krankenhaus beruflich bedingt ich bin ein stuntman ich will auf keinen fall in das wo sie einem die gehirn herausnehmen in welchem krankenhaus waren sie dann sagen sie doch mal aber können sie nicht mehr erinnern sie sich nicht mehr aber ja klar auch vergessen sie sich entschuldigen sie bitte immer kein gehirn mehr wie teuer ist man erinnern